also freunde herzlich willkommen zu unserer serie mit dem titel was ist das garmin g3x touch eine ganze menge auf jeden fall vieles von dem was im cockpit eines großen airliners angeboten wird ist hier in einem gerät komprimiert das kann natürlich schon mal ein bisschen überfordern aber weil es der sicherheit dient und wir wollen das möglichst alle ist nach ihren möglichkeiten nutzen gibt es dieses kleine video es ist gar nicht so einfach alle funktionen des g3x touch in einem solchen video abzudecken aber die wichtigsten sind vielleicht erstens das fms das flight management system flugplanung und navigation zum zweiten den edm den engine display monitor der für alle anzeigen verantwortlich ist die mit dem kriegwerk zu tun haben und drittens das hrs system attitude heading reference system wo es um die fluglage und die flugrichtung geht lassen wir das ganze system erstmal hochfahren das erste was wir sehen ist dieser bildschirm während des hochfahrens warnt das gerät dass gewisse datenbanken nicht mehr aktuell sind bei mir ist das seit dem zweiten märz 2017 nämlich dem erwerbtes flieger ist der fall ich verwende allerdings zum navigieren hauptsächlich das ipad mit dem skydamen wer das g3x touch als ausschließliches navigationsinstrument verwendet der sollte dringend diese datenbanken aktuell halten hier links haben wir das attitude heading reference system das sich allein das bedeutet es kalibriert die fluglager und es kalibriert auch den kompass also die flugrichtung abschließend drücken wir einfach den continue button schauen wir uns einfach mal den hauptbildschirm an da haben wir links oben gleich die fernbedienung für das funkgerät links die aktive frequenz und rechts die standby beziehungsweise monitoring frequenz beide lassen sich von hier aus einstellen wie auch umstellen wie wir später sehen werden rechts neben der fernbedienung für unser funkgerät haben wir einen balken mit einigen der wichtigsten werten für unsere flugplanung nämlich dem nächsten wegpunkt die richtung und entfernung dahin unsere ground speed die erwartete eintreffzeit wie auch die flugzeit insgesamt diese werte sind natürlich jetzt noch leer weil wir erstens noch im boden stehen und zweitens noch keinen flugplan eingegeben haben und nur der vollständigkeit halber noch ganz rechts oben ein soft key mit dem man zwischen einer geteilten und einer fullscreen ansicht hin und her toggeln kann doch dazu später mehr auf der linken seite finden wir den edm den engine display monitor hier werden permanent die wichtigsten motorparameter angezeigt zu oberst ist dass die manifold pressure der ansaugunterdruck der zusammen mit der drehzahl die wichtigsten leistungsparameter ergibt gefolgt darunter vom öldruck von der öltemperatur der zylinderkopf der abgastemperatur der restlichen kraftstoffmenge und dem kraftstoffdruck berührt man mit dem finger die ifis box öffnet sich ein split screen und auf der rechten seite sehen wir eine box mit den detaillierten motorparametern wir sehen schon dass es hier etwas genauer zugeht wir sehen die temperatur des linken vorderen und des rechten hinteren zylinderkopf die temperaturen der beiden abgasstränge links und rechts die füllmengen des linken und des rechten flügeltanks den kraftstoffdruck und die lade spannung der batterie sowie des ladestroms darunter übrigens auch noch die maschinenlaufzeit und die gesamtlaufzeit des fliegers also das bedeutet wenn der hauptschalter eingestellt war diese darstellung ist übrigens auch ein gutes beispiel dafür was der split screen modus des g3x touch bedeutet links haben wir das primary flight display primary deswegen weil es immer dargestellt wird weil es unabdingbar ist für die sichere fortführung des fluges und auf der rechten seite das multifunction display in dem jetzt gerade die efez parameter dargestellt werden es könnte aber auch eine karte sein oder der traffic warner oder beispielsweise eine eingebaute kamera die den zustand des fahrwerks zeigt ein nochmaliges drücken auf die edm box oder den fullscreen button bringt uns wieder zurück zum hauptbildschirm das zeigt uns schon eine der wichtigen charakteristika in der bedienung der g3x touch es gibt meistens mehr als einen richtigen weg um sich durch die menüs zu hangeln außerdem ein kurzes wort zur farbgebung rot heißt natürlich immer komplett außerhalb des bereichs und damit auch eine warnung gelb ist schon leicht außerhalb des bereichs grün ist wunderbar und weiß ist gut aber nicht sehr gut und zum abschluss des kapitel vielleicht noch der hinweis auf die warning box rechts oben in der triebwerksparameter dargestellt werden die nicht dem ideal entsprechen bzw ganz außerhalb des ranges sind was hier beim öl natürlich der fall ist weil der motor gerade erst warm läuft bei der weiteren vertrautmachung mit dem hauptbildschirm arbeiten wir uns langsam auf das wesentliche vor links und rechts unten haben wir zwei etwa quadratische flächen die ganz flexibel konfiguriert werden können hier haben wir zum beispiel links die sogenannte moving map und rechts den adsb traffic warner nun kommen wir langsam ans eingemachte zwischen den beiden hilfsbildschirmen finden wir den hsi den horizontal situation indicator dabei handelt sich um eine kompass rosette die mittels eines kleinen flugzeugsymbols und den pfeilen oben die ausrichtung des flugzeugs im raum anzeigt über der kompass rosette sehen wir drei kleine kästchen mit grad zahlen in der mitte ist dies der numerische kompass wert links davon das heading das ja zum beispiel durch wind davon abweichen kann und rechts der kurs hier erscheint erst eine anzeige sobald wir einen flugplan eingegeben haben und dann wird hier die ausrichtung des jeweiligen legs angezeigt also des abschnitts des flugplans diese angabe kann natürlich wiederum vom heading abweichen und es lohnt sich sich einen moment zu verinnerlichen weshalb diese drei unterschiedlichen werte sinn machen und notwendig sind nun kommen wir zum eigentlichen prunkstück unserer sammlung dem pfd dem primary flight display hier werden alle wesentlichen daten angezeigt die uns in der luft halten links als band anzeige die fluggeschwindigkeit eingeteilt in die verschiedenen wesentlichen bereiche und farblich markiert rechts der höhenmesser mit angeflanschten vario für steig und sink geschwindigkeiten in der mitte eine fluglage anzeige mit angaben für unseren steig oder sinkwinkel unsere kurven neigung sowie eine libelle die uns anzeigt ob unser flugzeug geradeaus fliegt oder ob es etwa agiert zum schluss noch ein paar details die bisher unerwähnt blieben oben links haben wir die anzeige der true airspeed die ja bei größerer höhe zum beispiel von der indicated wesentlich abweichen kann die ground speed unten am unteren ende des geschwindigkeitsband anzeigers rechts oben haben wir die voreingestellte höhe wie unten darunter den barometrischen druck beide diese werte lassen sich einmal über die drehknöpfe links und rechts am g3x touch einstellen bzw durch antippen und numerische eingabe in einem dargestellten zahlenfeld das sieht dann so aus die numerische eingabe ist auch dieselbe fast für alle werte die man so eingibt hier gibt es zudem noch den tollen trick mit z für field der flieger weiß ja über gps wie hoch er steht daraus errechnet er den aktuellen luftdruck ziemlich cool wie ich finde was fehlt uns jetzt noch am hauptbildschirm einmal die windgeschwindigkeit die wird errechnet aus der differenz zwischen true airspeed und groundspeed dann darunter der timer da erhält man einen schönen digitalen timer zum beispiel für holdings die anzeige für die outside air temperature also die außenlufttemperatur sehr hilfreich wenn man zum beispiel in feuchten gebieten fliegt oder es sehr kalt ist und die angezeigte koordinierte weltzeit utc darunter haben wir die knöpfe am g3x touch zwei haben wir schon besprochen das sind die äußeren ringe mit denen man die höhe und den barometer einstellt die der linke vordere kleine knopf ist für das heading das ist so ein kleines kleine anzeiger die kursvorwahl sozusagen wenn man möchte rechts davon der knopf nearest das ist sozusagen der notknopf der führt an immer zum nächstgelegenen flugplatz oder lande möglichkeit ziemlich cool der navigationsknopf der an in die flugplanung die anzeige der flugplanung führt und dann die multifunktionsknöpfe menü und back mit denen navigiert man sich durch die verschiedenen menüs des g3x touch so jetzt sind wir durch das wesentlichste durch und ab jetzt wollen wir mit dem g3x touch das machen wofür es eigentlich gemacht wurde nämlich fliegen gehen bevor es in die luft geht sollten wir tun was alle guten piloten tun nämlich checklisten abarbeiten dazu klicken wir zweimal auf menü dann erscheint ein auswahl dialog und da wählen wir den eintrag checklist diese checklisten sind im auslieferungszustand nicht auf dem g3x touch die muss man oder beziehungsweise man darf sie sich selbst erstellen mit einem gratis tool namens garmin checklist editor ich habe das hier für meine bedürfnis und die v3 getan man kann beliebig viele seiten anlegen für verschiedene flugzustände mit beliebig vielen einträgen und beliebig vielen checkpoints die man abchecken muss ich finde es eine unglaublich hilfreiche lösung die sehr viel papiermüll im cockpit spart und die auch in der abarbeitung wirklich lückenlos ist also sehr zu empfehlen als nächstes kümmern wir uns um die flugplanung dazu drücken wir wieder zweimal menü und wählen im anschließend erscheinenden auswahlbildschirm den punkt flight plan list danach erscheint eine liste mit unseren bereits bestehenden flugplänen wir wollen aber jetzt einen neuen erstellen und drücken deshalb nochmals auf menü es erscheint ein kleiner einblend dialog und hier wählen wir die option new flight plan was wir nun vor uns haben ist ein völlig jungfräulicher neuer flugplan ohne wegpunkte das erste was wir tun müssen ist natürlich einen solchen wegpunkt hinzuzufügen zweckmäßigerweise ist das unser startflugplatz danach können wir auf verschiedene weisen fortfahren entweder wir geben alle punkte bis zum zielflugplatz ein oder wir gehen gleich den zielflugplatz ein und editieren den rest grafisch und so wollen wir es machen wir wählen also new waypoint und geben den startflugplatz ein echo delta charlie sierra für samund anschließend gleich den zielflugplatz das ist in diesem fall magdeburg echo delta bravo mike und bestätigen mit enter jetzt sehen wir dass die verbindung zwischen start und zielflugplatz über mehrere flugbeschränkungsgebiete führt unter normalen umständen werden wir also so nicht fliegen können was uns dabei hilft ist der grafische editor wir drücken also noch mal die taste menü und wählen aus dem anschließend erscheinen dialog die option edit on map die karte vergrößern wir etwas sodass wir besser arbeiten können und manövrieren uns um das erste flugbeschränkungsgebiet herum dazu ziehen wir den flugkurs wie ein gummiband auf einen bestehenden punkt wir könnten auch selber welche anlegen das wollen wir hier aber vermeiden jetzt gehen wir zum zweiten gebiet ziehen wieder wie ein gummiband an dem flugkurs und legen ihn auf den punkt burg und sichern jetzt ist also unser kleiner flugplan fertig wir drücken noch mal auf menu und haben folgende optionen vor uns aktiviert edit on map und invert edit on map haben wir gerade gemacht das ist jetzt abgeschlossen invert ist für den rückflug gedacht da können wir nämlich den flugplan einfach umkehren was sehr hilfreich ist wenn man die gleiche strecke zurückfliegt aber jetzt im moment brauchen wir die option activate und die werden wir jetzt anwählen gleich mit der aktivierung unseres flugplans bemerken wir dass sich auf unserem hauptbildschirm so einiges verändert hat in der rosette unseres hsi befindet sich jetzt eine kursnadel mit einem indikator für seitliche abweichung vom kurs darüber erkennen wir in der gleichen farbe die richtungsanzeige für das erste leg unseres flugplans außerdem erscheint nun neu die lateral deviation scale also die anzeige für die seitliche abweichung vom kurs aber auch unser navigationsbalken ganz oben im bildschirm hat sich jetzt bevölkert ebenfalls in derselben farbe und mit den werten für den nächsten wegpunkt das bearing entspricht im prinzip dem qdm der distanz der seitlichen abweichung vom kurs und der ground speed die ist natürlich im moment noch null wird weil wir am boden stehen außerdem werden track ankunftszeit und flugzeit ebenfalls aus nachvollziehbaren gründen noch nicht angezeigt unser flugplan ist nun fertig wir lassen ihn noch mal in großansicht auf dem multifunction display durchgehen um eventuelle fehler grafisch zu kontrollieren dann wechseln wir in den hauptbildschirm und sind nun was die flugplanung angeht ready for departure einige details bin ich noch schuldig geblieben unter anderem wie man die frequenz des funkgeräts mit dem g3x touch richtig einstellt bei unserem start in seinem mund war das nicht nötig weil alle frequenzen richtig gerastet waren jetzt befinden wir uns auf dem rückflug von magdeburg nach saarmund und haben immer noch im stand bei fenster die frequenz von magdeburg stehen always stay ahead of the airplane heißt es so schön also immer vor dem flugzeug sein deswegen ist es richtig jetzt bereits die frequenz unsere lande flugplatz in das stand bei fenster zu legen dazu drücken wir einfach links auf das stand bei fenster geben den code sechsstellig ein und drücken auf enter so einfach um nun zwischen aktiver frequenz und stand bei frequenz zu wechseln drücken wir entweder links auf das fenster mit der aktiven frequenz die grün dargestellt ist oder wir betätigen die entsprechende taste am funkgerät diese methode der eingabe ist praktisch identisch für alle werte die man numerisch eingeben kann das ist zum beispiel die voreingestellte höhe der barometer oder zum beispiel auch der transponder wenn man den fest in das g3x touch eingebaut hat der touch auf die squawk box öffnet automatisch die transponder einstellungen im mfd hier haben wir sämtliche einstellungen wie auch am hardware gerät nämlich standby und ground zusätzlich noch den ident button und können hier sämtliche eingaben machen lisa wird jetzt für uns gleich hier die die squawk 7744 eingeben sich dann aber nicht trauen die zu aktivieren weil sie natürlich noch am boden steht und die auch nicht zugewiesen bekommen hat außerdem haben wir natürlich oben den sehr sehr praktischen vfr knopf der den squawk auf die für in europa üblichen 7000 voreinstellt eine sache die noch fehlt ist uns anzusehen wie unser flugplan den wir ja vorher programmiert haben nun in der luft aussieht wir befinden uns jetzt auf dem rückflug von magdeburg nach zermund befinden uns auch bereits im sinkflug das sehen wir an unserem vario mit 500 fuß sinkgeschwindigkeit der neuen vorangestellten höhe von 3300 fuß um unter den deckel des charlie luftraums zu kommen aber gleichzeitig noch unsere aktuellen flughöhe von 4600 fuß links im bildschirm sehen wir die kleinen tunnelquadratchen die den flugpfad vorgeben dem wir jetzt natürlich nicht folgen aber es ist viel interessanter zu sehen was eben passiert wenn wir endlich folgen denn wir sehen in der mitte im hsi die abweichung vom kurs mit 5,1 kilometern die angegeben wird zusätzlich sehen wir den parallelen strich nach links verschobenen strich der uns anzeigt dass wir von der vorgegebenen flugbahn abweichen etwas darüber sehen wir auch dass es eine abweichung gibt jetzt zwischen heading dem eingestellten heading dem wir folgen und der tatsächlichen ausrichtung des fliegers bedingt durch den seitenwind die windanzeige die sich übrigens auch konfigurieren lässt haben wir links über dem hsi im moment eingestellt auf head and tail wind und seitenwind getrennt man kann es aber auch als einen vektor sozusagen einstellen und dann sozusagen mehr oder weniger selber ausrechnen woher die einzelnen wind komponenten dann kommen ein weiteres cooles feature unseres gedrex touch ist die unterstützung bei der vertikalen navigation der kleine hellblaue kreissektor auf der karte zeigt uns an an welchem punkt unseres flugpfades wir die voreingestellte höhe beim momentaner sinkgeschwindigkeit erreichen werden dieses außerordentlich präzise feature ist eine große hilfe beim vertikalen navigieren in komplexen luftraum strukturen weil damit jederzeit eine verlässliche vorhersage möglich ist wann man einen luftraum über oder unter fliegt zuletzt noch ein wort zur sprichwörtlichen flexibilität des g3x touch wir können uns alles so einstellen und konfigurieren wie wir es möchten dazu drücken wir jetzt zum beispiel auf das hsi wählen hier die option map und gehen dann runter und konfigurieren uns in diesem fall einfach einen g meter jetzt sehen wir haben wir nicht mehr die karte links sondern eben einen anzeiger für das last vielfache wenn wir das zurück ändern wollen wieder ein druck auf das hsi wir drücken auf die linke darstellungsseite und geben da wieder die karte ein so einfach lässt sich das g3x touch sogar ein flug konfigurieren diese flexibilität geht sogar so weit dass wenn wir sagen zum beispiel dass wir mit dem band anzeigen nicht mehr zufrieden sind weil sie uns zu digital sind dann können wir mit einem druck auf das hsi und dort auf more options das ganze auf einen uhrenladen umstellen und dann haben wir mit wenigen handgriffen das was wir früher in den alten flugzeugen eben auch hatten so einfach geht das selbst im flug bei neuen versionen der v3 ist eine fahrwerkskamera eingebaut die ist sehr hilfreich wenn man sich darüber sicher sein will ob das fahrwerk eben eingefahren oder bei der landung wie es sein soll ausgefahren ist die kann man dann ebenfalls entweder zum beispiel im rechten bereich oder im linken bereich darstellen lassen so das war es erstmal für einen ersten durchgang ich bin gespannt auf eure kommentare ich freue mich auf entsprechende fragen oder natürlich anregungen zu diesem video ich hoffe es hat ein wenig geholfen und würde mich freuen wenn viele leute sicherer fliegen können dadurch dass sie sich mit ihrem g3x touch gut auskennen vielen dank